Der hat schon 35 Grad Steigerung ungefähr und es hat die letzten Tage ein bisschen geregnet, deswegen es wird spannend. Unten sind Schläger, die Schläger schlagen gegen die Zeile, die Trauben fallen nach unten und werden dann von unten mit einem Förderband hoch in den Tank. Für den schlimmsten Fall, dass die Maschine das Rutschen anfängt, haben wir ganz hinten zwei Eisen und die können wir dann in den Boden fahren. Das ist die Notbremse. Das war die Leistungsgrenze. Hast du auch kurz Angst bekommen?